Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Blooms Tower Defense 6. Zusammen mit jetzt Grodin? Hossa! Hossa? Hossa! Okay. Hi! Genau. Heute machen wir den Twist. Ich baue nur Bananenfabriken, Apfel baut den ganzen Rest. Ich will auch hoffen, dass du das hinkriegst. Oh nein, das wirst du nicht hinkriegen allein. Oh, hole, was? Viel Glück, Bro. Vor allem, ich kann mir nicht mehr der Bananenfabriken leisten am Anfang. Ja, auf eine Seite den Wurf verlaufen, auf die andere Quincy. Ah, you smart. Smart, Mensch. Ist ja auch irgendwie der Grinch unterwegs, wenn man hier Sachen rumdrückt. Man kann die Bäume entfernen. Das man die Kürbisse unten nicht entfernen kann. Ja, aber man kann auch sonst... Sonst ist die Map übel lame, weil sonst passiert halt auch nichts. Nicht mal an der Tür. Naja, bei den Fans dann auch nichts. Wahrscheinlich geht die Tür später auf und die fahren dann da rein. Ja, die kommt noch mehr raus. Okay, wir starten. Damit ich mal das Geld für die erste Fabrik krieg. Es wird ein bisschen... Wirds... bisschen schwieriger, würde ich sagen. Definitiv. Wenn du auch nur halb so viel Geld kriegst, weil ich ja auch hier bin. Naja. Nice. Aber Quincy regelt das. Offen. Oh no. Ja, aber die laufen ja auch nochmal bei dem anderen vorbei. Ach die Ahnung, die laufen? Ich dachte, die gehen in die Tür rein. Ey, da... Ich war grad so... Ich hab grad so... Ich hab so diese Tür geschaut und sie sagten, no way. Ja. Wenigstens... Das, wo die einen nicht schaffen... Mach der andere. Ja. Ich hab schon das Upgrade so, dass... Die erste... Oh nein... Dass die erste Bananplantage billiger ist, wie... Ich bettere, ne? Ich kann sie davon ruhig nicht kaufen. Hehehehe. Ich spare jetzt... Erstmal, glaub ich, auf ne Kanone. Hm. Ich weiß nicht. Kanone ist immer gut. Vielleicht auch, ähm... Den... 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 Druiden, ne? Auf dieses Zurückboosten... Boosten. 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 Die Frage ist, wo platziere ich die Kanone am besten? Wie kann ich die Bananplantage nach oben setzen? Zack, ich steh einfach im... Ich steh einfach im Zaun drin. Hey, wie lang muss ich denn auch um ne Kanone warten, hier? Ich weiß nicht, wo die am besten platzieren wäre. Irgendwo... Hm. Vielleicht, äh, mitte oben. Beidseiter einfach. Ja, oder so. Einfach beidseiter. Beidseiter geht auch. Haben wir Damage bekommen? Ja, einer ist durch. Ich hab die Kanone da drüben zu placen war die gute Idee. Oh nein, der... Ein gelber Wicht! Na verdammt! Oh, come on! Ja, Quincy sagt es. Oh, das ist Uwe, das ist auch strong immer. Den hätt ich eigentlich viel weiter links platzieren sollen, dann hätt ich rechts noch... Dass da noch ein zweiter hingeht, ja! Ne, mach mal weg damit. Oh. Oh, das hat aber viel Geld gekostet jetzt. Jaaa... Definitiv interessant, das Ganze jetzt. Na ja, noch geht's ja. Wenn du... Wenn du... Wenn oben halt... Induide... Die nochmal zurück schar lagen würde. Ja. Ist halt perfekt. Das tut mir gut. Zack, da kommt ein Gold, ne? Ja. Das ist... Wie auf dem Recording, oder? Ne. Ich hab mir schon überlegt, ob das nicht ein Short-Wert ist, unsere Goldener Wicht-Story. Die Goldener Wicht... Oh oh. Oh oh. Ne, oh Gott. Oh Gott. Ja, wir müssen vielleicht ein paar Rückschläge einstecken, bevor wir das hier ähm... Bevor wir das jetzt hier gut hinkriegen. Ich hab ja noch nicht mal was gegen Tarnblumes, Digga. Gut, dass da noch keiner kam. Haha. Das ist ja wirklich gut. Oh. Oh Quincy. It's wrong. So, jetzt macht der Wurfpfeiler auch mal Fat-Damage. Gib dir mal ein bisschen Geld. Oh Digga. Ein Verteil gegangen. So, Druide war das, ne? Druide, ja. Nein, warum kannst du da nicht hin? Wegen den Bäumen wahrscheinlich. Ja. Oh oh. Oh, come on. Au. Jetzt hat weh. Ach. Ja, ich muss schauen, wer denn das ist, das Uwe. Alter, da brauch ich noch 600. Shut the fuck up and take my money. Perfekt. Ja. Natürlich kommt jetzt keiner mehr nach oben. Aber auch wegen seinen Blitzen. Die Blitzen sind auch strong. Machen wir den zweiten Baum weg für dich. Oh, da war schon der erste Tarner. Der erste Tarnboy. Der Tarnboy. Der Tarnboy. So, jetzt wird es in Zeit, dass ich die Kanone. Ein bisschen upgrade. Das ist so schwer zu erkennen jetzt mittlerweile, wo jetzt wer herkommt. Stell dir mal vor, da die ja bei demselben Eingang rausgehen, wo die reinkommen, wenn die die zurückwirft, dass die einfach so denken, okay, dann können wir sie raus. Was? Fuck you. What? Wir haben keinen verloren. Okay, doch, was richtig upgrade. Huh. Was? Oh Gott. Quincy regelt. Wenn du mal Geld brauchst, ich bin da. Jo. Oh Gott, ich erkenne nichts mehr. Ne. Oh, das sind ein paar durch. Doch. Das ist doch einfach. Oh no. Ja, ich guess, das wars. Ja. Seriously? Also, muss ich mir anders angehen. Huh. Das müssen wir anders angehen. Ich muss dir mehr Geld für die Semestren geben. Oh! Oh! Natürlich der Langsamste wieder! Warte, du kannst da einen reinplacen? Ja, ja! Was ist das denn für ein geiler Spot? Oh, der sieht beides! Schön! Das ist krass, ja! Der Spot ist gut! So ein Insta-Off wäre leider auf dem falschen... Egal, trotzdem gut! Hast du noch einen zweiten Platz? Ja, du kannst überall bei den Kürbissen welche reinplacen. Glaub ich, jeder auf den unteren eher. Ja, du kannst überall bei den Kürbissen welche reinplacen. Was ist das? Ja, du kannst überall bei den Kürbissen welche reinplacen. Ja, du kannst überall bei den Kürbissen welche reinplacen. Ja! Die Nägel da liegen, Digga. Ich hab glaub das Upgrade von der Plantage noch nie gesehen, ne? Das kostet, das zweite kostet schon 1000, krass. Ja, der Blitz kostet 1000. Kräftig. Aber was? Auf dir was Schönes. Perfekt. Ich dachte, die kann Runde nicht vergessen. Wir sind jetzt schon in Runde 15, oh Gott. Der Moab kam in 40, oder? Äh, müsste ja. Okay. Es kommt mir vor, als hätten wir weniger Türme als zuvor. Ja! Mir auch! Oh mein Gott, das Weele. Ja, klar. Und die Kanone da hinten, ne? Ja. Aber der Moab kommt von der anderen Seite, ne? Ach shit. Egal, ich platziere vielleicht nur Zweiter. Zweiter, ja. Ja. Muss ich beide Bereiche abdecken, weil wenn wir den ersten überleben, kommt der Zweiter safe von der anderen, also. Ja, wahrscheinlich. Wenn ihr was kaufen willst, sag. Oh, mir fehlt das. Ja, ein bisschen kann ich brauchen, ne? Ja, nein. Das hab ich grad ausgegeben. Ja, mir ist mir grad was aufgefallen. Das muss ich. Okay. Kann wenigstens der Rechte schon mal Taubel uns treffen. Darauf hab ich natürlich nicht geachtet. Ja, das ist mein Job. Das ist so, als würdest du zum Bankautomaten gehst, da gibst du dir dein Geld, so. Danke, Bro. Danke. Du hast mir überleben gehetzt. Das ist mir mal passiert. Ich hab mal zum Bankautomaten Danke gesagt. Da war ich immer betrunken oder so. Ich hab mir so das Geld rausgenommen, dann bin ich gegangen, der mir so weiter will. Was? Was ist grad passiert? Siehste, wenn die Maschine die Weltherrschaft erlagt, dieser Bankautomat wird dir nichts tun. Ja. Weil du dich bei ihm bedankt hast. Wo ist meine verdammte Maus da? Jetzt schon? Du fängst jetzt schon damit an? Ja. So, jetzt sind ein bisschen... Oh Gott, gut, dass ich's gemacht hab. Ach, die Nägel hätten wir auch noch. Ja gut, dann. Ich spar jetzt mal auf den Windstows. Windstows? Wie viel kostet der? Außer 600 oder so. Was hast du noch? 300. Das ist echt. Also es kommen auf jeden Fall nicht so viele durch wie beim letzten Mal. Ja. Beim letzten Mal haben wir jetzt schon Leben verloren. Oh, der Mob kommt gleich. Ne? Willst du vielleicht eine Mob-Klatsche machen? Was war das? Ja, ja, da fehlen mir noch 500. So, jetzt haben wir die Moorabschläge. Moorabschläge? Ich dachte, das ist ein Klatscher. Ne. Spülterbomben kann er auch noch machen. Das nächste kostet 3600 Bruder. Hilfe. Was ist denn das? Ja, ich glaube, es sind Ghouls aufgestallt. Ich will es hoffen. Der Linke muss so viel machen, der ruht es. Einfach der Main. Du kannst vielleicht noch einen Magier machen, der... Ja, aber so viele Tarn für uns kommen nicht mehr. Der die bekennbar macht. 3500 kostet das Banken zu machen, ne? Oh Gott. 200 mehr. Dann... Sonst haben wir den Moorab-Killer. Okay, ja. Boah, der krank. Der kommt da nicht, oder? Boah, warum bekommen wir so viel Schaden? Oh Gott! Okay, ich muss den rechten Drüden unbedingt aufleveln. Ja. Jetzt hoffen wir nur, dass der... Oh mein Gott. Jetzt hat er Loot. Okay, Gott sei Dank. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir. Sehr, sehr schön. Hast du Geld? Hast du Geld mit den Drüden? Ja. Okay, jetzt hat er auch Wind. Gut. Sehr schön. Das ist, glaub ich dir jetzt. Das ist, glaub ich dir jetzt. Richtig und richtig. Nein, wenn die Nägel weg sind! Nein! Als ob! Als ob! Als ob! Als ob! Oh Gott, ich dachte, wir sind tot. Auf! Das kann's nicht sein! Oh mein Gott! Nein! Der Run war so gut! Bis hierher! Warte! Zubaus für die Verteidigung! Mal langsamer! Keine Ahnung! Irgendwas! Müssen wir irgendwas tun, damit ähm... Fuck! Schwierig! Schwierig, ja. Ich glaub wir sind tot. Ja, wir sind tot. Okay. Die Tarnbluts haben uns gefickt! Die scheiß Tarnbluts! Gelastend! Ja! Da müssen wir irgendwas gegen finden, ne? Schon wieder Loot, Alter! Wie viel Geld hast du denn? Ja, ne! Ich mach einfach einen Neustart. Das kostet doch Geld. Das kostet doch kein Geld. Das kostet doch kein Geld. Das ist doch ganz normal, ähm, vom Anfang. Weil wir weitermachen würde Geld kosten, ne? Ich kann dir jetzt mal, jetzt am Anfang, meine 650 geben und du baust noch eine krassere Verteidigung auf. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Das wär halt ein Auffall schon mal mehr am Anfang, ne? Du könntest einen Druiden ins dem machen. Oder wie viel hast du denn grad noch? 80. 20. Okay, es reicht nicht für zwei Druiden. Aber ich kann dir zumal ein Geld geben und du machst noch irgendwie irgendwas anderes hin. Vielleicht auch instan die Kanone. Okay. Links kommt der als erstes, ne? Du hast ja auch eine extra Reichweite, ne? Ja. Bist ein bisschen weiter in der Mitte. Perfekt. Okay. Sehr gut. Das brauch ich natürlich ein bisschen länger, um die erste Printage zu machen, aber... ja. So, bevor ich's wieder vergesse, dann gleich mal, damit die Taumwunzahmer helfen können. Ey, man merkt jetzt schon wieder, wie krass die Kanone das beeinflusst, ne? Ja. Ja. Ach, wer ist er denn? Den hab ich bekommen, der ist in der Mitte schon auf viel gestuft. auch krank 45 k das kaufen wir uns ich sehe uns da so dann kann ich jetzt auch trauen wir uns angreifen und der linkstück hier die hat keine spezielle fähigkeit weiss hallo der macht den anderen super typen heftig jetzt schwächen links ein bisschen links durch soll das denn jetzt im märchen du müsstest das spielen als solo so ein zuspieler geht es ja auch aber du kriegst ja doppelt geld die ganze zeit der kommt nicht zoll 125 euro noch da kann ich die erste plantage machen so schneller nachladen jetzt hier kommen ich bin kurz gemutet in der folge das die durchkommen jetzt fängt es von der anderen seite auch schon an jetzt haben wir ja da auch nicht mehr die kostenlosen nagelding ne das ist natürlich dumm ich glaube dass das die ganz gute taktik ist die ich bei den plantagen verfolge dass ich da auf das upgrade gehe was mehr was mehr bananen spawnt und dann einfach auf die nächste plantage spar oh ein affendorf das hat sich noch übrig das hat sich noch übrig wir dürfen die tarmbloons nicht vergessen er macht auf den linken zu einem ja alle wurf verlaufen da sind sie schon ja ich hoffe ich habe dachte ich hätte den linken schon darauf gemacht aber anscheinend nicht ja vielleicht ist der einfach irgendwie durchgehuscht kann der wie die rakete abgeht ja ich weiß schon warum ich da immer auf die mitte gehe bei dem und dann kann ich jetzt bei unseren drüben hier ja die ist gleich da Lieferschwierigkeiten. Alter, wie die abgehen und halt nicht durchkommen. Wie krass. Junge, wie die draufhalten. Und die halt einfach trotzdem durchgehen. So krank. Alter, wie sich das jetzt angehört hat, das war ein wunderschöner Sound. Der allein packt das nicht mit seinem Level. Scheiße, das sieht nicht gut aus für uns. Hm, noch ist in Ordnung. Das ist einfach mal ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr Moneten. Ein bisschen mehr Moneten. Ach, jetzt machst du den Linken nicht mehr zu so einem Superoffen, weil der... Ja, weil er kein Wurfverlaufen mehr ist. Ja. Müsste ich ja machen, wo ich hier auf eine... Oh, warte, krass. Ich habe auch meine Rüden gehabt gerade. Oh, das ist ja nicht so gut. Kass. Oh man. Oh man. Oh man. Irgendwas fehlt mir jetzt noch mit der Ruise. Der geht mir auf den Sack, Alter. Immer sind sie da. Ja, jetzt müssen wir uns in den zweiten Ruinen ein bisschen höher bekommen, dann... Shut the fuck up and take my money! Scheiße, jetzt kommt schon der Moab. Oh, wir sind tot. Ja, wir sind tot. Ach, Mann! Vor allem... Ja, sad life. Wie kann man denn den Taktisch wegmachen? Wir müssen halt mehr auf Kanonen gehen, ja. Ja. In der nächsten Folge schaffen wir's. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Schaut bei uns bei mir vorbei, schaut bei uns auf dem Switch-Kanal vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!